Und herzlich willkommen zurück zu Rainbow Six Siege mit Dardegard, Kundern, Sachse und Kaputze. Guten Abend, Jodendorf, Jodendorf. Hallo, wir sind es. ESL-Menschen. Ich spiele nur ESL. Ich bin ja auch so gut, weil es ist noch von meiner ESL-Zeit. Wenn ich noch richtig informiert bin, kann jeder ESL spielen, deswegen ist das ja nichts mehr besonderes. Und das würde auch jeder spielen. War das nicht eher für eine gewisse Skill-Klasse erst? Ich meine, mittlerweile gibt es ja Amateur und Amateur selbst in der untersten Liga. Es gab Ligen unterschiedlich. Man kann sich immer anmelden, wenn du willst. Amateur, mit denen spreche ich schon gar nicht. Das nervt mich. Weißt du, was es damals gab? War Gether. Wem? Gether. ESL-Gether. Fakt mir gar nichts. Ja, dann hast du die ESL-Zeit auch nie mitgemacht. Das ist wahr. Ja, ich kann mich aber erinnern, dass ich einmal damals, da war ich in so einem Clan, ja. Und da haben wir Rainbow Six 1.6 war das, äh, 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 Counter-Strike meine ich. Und da haben wir, und ich kann mich erinnern, dass ich unbedingt nach Hause wollte, weil ich war ja wichtig, weil ich hatte, ja, Training. Was war damals bei... Standard, ey. Ja, das war... Ja, das war... Du stärkst die Moral. Komm einfach so mit. Natürlich. Ich habe immer Stunden damit verbracht zu angeln, um diese scheiß Festmalle da zu machen. Das war... Angeln, ey. Ja, das habe ich mal Musik dabei gehört. Ja, das stimmt. Alles war alles nicht zu ertragen. Ja, obwohl ich war eigentlich ganz nett, gut mit, mit heutigen... Mit heutigen... Hast du einen Anglingfisch, äh, Bot gehabt? Einen Englingfisch? Ne, 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 ne. Ja, also das ist... Der Axe hatte alle möglichen Hacks. Genau. Das überschänze ich ihn aber auch, ey. Ja, so ist er, ey. Hat er nicht einen Wack-Bahn im Steam, ey? Ich glaube... Oh, da ist Liner, da ist Liner, da ist Liner, da ist Liner, da ist Liner. Da hat der Hack wohl gerade ausgesetzt. Hallo Kahn, da müssen wir rein. Shit. Oha. 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 Ich kann mir so lange da auch noch... Da, äh, die Türe gerade... Ja, ich hab's überlaufen, das Mauch? Ne, ich hab schon zwei. Aber... Also geradeaus rechts an der Türe, da war jemand... Ja, Alex, du musst erwarten, bis einer mit dir redet. Ja, wir unterhalten uns auch. Ich will rein, aber ich hab Angst, dass da liegen zu... Aber warte, ich ruf mal an... Ja, wir haben ja auch nicht zugehört. Keine Ahnung. Oh, oh, shit. Äh, Dalu, ich ruf mal an, vielleicht hörst du was. Oben, oben. Komm mal oben. Angerufen. Ja, einen hörst du, Alex. Ist der unten? Bei dir oder oben? Bei mir? Ich bin mir unsicher, wo er ist. Auf jeden Fall ist er hier. Ich glaub, oben bei mir. Das war oben, glaub ich. Dann einer hier... Ja. Warte mal, wie komm ich denn auf die andere Seite? Hier, ne? Hä, wie komm ich denn hier? Ach ja. Ich schick noch mal Drohne, das ist ja selber. Haben die ne... Also die haben hier den Dropper zu. Ach, Leute. Äh, da ist er raus gekommen oder nicht? Nö. Er steht einfach auf dem Profi. Hier ist ein Loch. Hier ist ein Loch. Hier ist ein Loch. Zwei, zwei Leute sind oben. Ja, der ist jetzt hier. Na, das war er. War der das? Ne. Ist immer noch... Ja, bitte ist dein Ecke. Kunran, wo? Liegen sie oder rechts? Ich wüs grad. Einer war auf der Treppe. Ja, klar, du kannst eigentlich woanders hingehen. Da da? Kunran hier? Wenn Kunran tot ist. Ah ja, der, 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 der ist immer noch dort, wo ich halt war. Kann ich jetzt eigentlich noch riskieren? Ja. Kunran hier, bei der Treppe. Hier. Ja, genau. Ist das echt gefährlich, ey. Da hat mich einer von unten beschossen. Du kannst auch rechts hin reingucken, ne? Ist angerufen. Ja, genau. Soll ich hier warten oder was mach ich? Wo sind die anderen alle? Man wird nur ein hin geworden. Liegt der unter mir? Kann? Ne, wachst du mir leider schon. 55 Sekunden. Wir müssen was machen. Mein Mute kann auch da sein rein durch. Der klingelt doch nicht. Ne, nur Echo nicht. Also, ne. Echo ist das, weil er die Technologie kennt. Aber? Ja, der ist dann immer noch da. Oh. Oben. Hütte Sekunden. Oh, bei mir muss auch noch einer sein. Der Pusht, ich komm. Fuck. Äh, 100. Gott, fucking da hinten, warum? Wo hinten? Dein Punkt sogar. Äh, im langen Gang, ums Ecken, wenn du reinkommst. Wenn du reinkommst. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ja. Die sind alle jetzt los. Schiiiisch. Ne. Genau, den. Ja, den hab ich gemeint. wieder angekommen da. Ja. Ja. Whatever. Ja. Das ist nur gut, weil ich jetzt richtig wütend bin. Mhm. Man nennt mich auch den Rachen Jones. Ja, aber du kommst immer juckt, ey. Ja, weil das mal auch nicht voll genug bekommt. Ja, weil das mal auch nicht voll genug bekommt. Hä, mich hat grad ein Randy angeschrieben und hat fragt, ob ich der Kapuzen bin. War das Sachsen? Nein. Nein. Also wirklich nicht. Warum kann mich wer anschreiben? Warum kann mich wer anschreiben? Es gibt nur einmal den Namen. Es gibt nur einen Randy. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich grade mit Sachsen rede und mich ein Randy auf Discord anschreibt? Super hoch, ja? Ich hab dieses, ich hab, da kannst du dir sicher sein, ich hab dieses Krebs bekommen nicht. Was ist das passiert? Das ist aber recht hoch. Ja, das war nicht. Was ist passiert? Das ist mit einer Wahrscheinlichkeitsrechnung, habe ich das multipliziert. Multipliziert. Alex, würdest du hier noch irgendwelche Wände haben bei dir? Ja, wir müssen die Kamera halten, ne? Den hier, aber den, der kommen wir aber eh nie ganz zu. Alter. Das ist wieder. Mach das Mikrofenster besser. Ah ja. Man kann mehr durchsehen dadurch. Ich hab noch zwei Wände zu verstärken. Hier fehlen mindestens vier Wände. Ich hab zwei Wände gesetzt. Alex, ich geh zu dir, ich geh zu dir und setz Wände. Ich kann hier eine machen. Wo noch Alex, wo? Da. Hast du noch zwei Kapuze? Ja. Dann auch da daneben. Ja. Aber wir haben doch nur Secure Area, ne? Theoretisch brauchen wir den großen Raum doch gar nicht. Nö. Nö. Aber wenn die von hinten kommen und den verlieren, dann sind wir alle eingesperrt und einrauben. Das ist nicht so schlimm, das Fenster. Das andere wär schlimmer gewesen. Okay, pass auf da. Am Fenster. Oh Gott, der ist da Nate. Oh Gott, der ist da Nate. Bei mir kommt hinten was rein. Jetzt bräuch ich Hilfe hinten. Komm. Das klingt gay. Nein, die haben's gefixt. Die Schweine. Moment doch, Moment doch, Moment doch. Alle grad zusammen. Moment doch. Ich glaub's nicht. Okay, pass auf. Hier in das vor... Oh, Glasses hier in. Oh Gott. Ja, pass auf, der macht den kleinen Raum auf. Ja. Oh fuck. Wir haben keinen Dörfer an einem. Da ist die Windschrone bei dir, Sachse. Die macht dich vielleicht fertig. Ja, ne, ne, ne. Hat sie nicht. Hat sie nicht, hat sie nicht. Aber danke. Nee, aber die hat den... Aber Echo ist da. Kann man sich immer kurz auf den Weg? Ich will Nadeln werfen. Die wird wiederkommen, Sachse. Ist durchaus möglich. Also da waren zwei, ja. Also die stehen wirklich da an der Grenze zwischen dem kleinen Raum offen und der Tür. Oh Gott. Scheiße, das ist richtig kacke. Du bist natürlich Konander. Da kann ich mich Weinraum behalten, dass ich nicht rauslände. Okay. Okay. Oben gingen wir's auf? Innen drin? Ja, Obenklappe hab dran. Ich check mal Kameras. Dropper über mir. Ist aber nicht ganz so wild. Okay. Okay. Hast du nen Redhaut Alex? Ne, haupthalle ist... Hier kommt auch einer. Ranade! Das war vom Dropper, glaub ich, oder? Ja. Also haupthalle an... Ne, doch, haupthalle safe. Schön, das war wichtig. Also Cocktailbar hast du jetzt, oder? Ne, immer noch Dropper. Hier ist noch einer bei uns. Hier ist noch einer bei uns. Noch einer? Ich hab ihn angeschossen schon. Also hier noch Dropper, oben bei uns und innen dann Damage Press noch bei euch. Hab ihn gedauert. Ich seh ihn, er war recht. Okay. Okay, dann ist das der letzte jetzt am Dropper. Ich check mal Kamera. Hast du schon? Ja, hab ihn gerade gehört hier. Weil Hauptteile... Ja, er ist bei mir. Er ist bei mir hier auf der Treppe. Ist wieder weggegangen, er hat mich gesehen. Also er wusste, dass er mir da drin ist. Mach jetzt den Dropper auf. Tschüss. Geht wieder zur Treppe? Ja. Ja, ist jetzt Küche, ist jetzt Haupthalle, ist jetzt weiter nach Haupthalle. Er rennt, er kommt, er kommt Treppe, er guckt Treppe. Jetzt geht er runter, jetzt geht er runter. Jetzt hat er sich hingelegt und da kam der Dalukert. Die ganzen, die ganzen Füße waren voll mit Nadeln, ey. Da hört man's. Kling, kling, kling. Da liegt er sogar eingebrochen einfach. Es tut dir auch weh, wenn du da in den Nadeln läufst. Oh, schön. Soll ich euch einen guten Wortwitz? Der Nadelkart. Schon witzig. Ich bin... ein Witzbold. Eieieiei, weniger Abbaermilz. Ich mache auch Privatbesuche und dann erzähle ich immer Witze. Das kann ich mir sogar vorstellen. Der Kundran mag meinen Service. Der Kundran nutzt den Service recht oft. Und deswegen zieht er auch rum. Der Kundran ist am besten, dann mag er das, wenn man ihm einen Witz erzählen kann. Oder passieren oder sowas. Das heißt, es kommt danach. Also erst abgessen, dann einen guten Witz und dann irgendwas abgessen. Mit welchen Ärmchen, ey, ne? Die Zunge ist trainiert, hab ich gehört. Das ist ja auch Kapuzenwurm, weil er gewisse Dinge verstecken kann. Und weg ist er. Oh, ich bin jetzt eingefangen. Wir werden zeigen, was du kannst. Da. Hast du gesehen? Ja, versteckt. Hast du nicht, wa? Nein, scheiße. Ich hab' den Test. Wird attackiert. Gott, bei mir ruckelt es wieder. So, wir haben natürlich jetzt dieser... Ach, was scheiße, immer mich zu schieben. Wer schießt denn da raus? Guck mal, wir brauchen nicht mehr bei der Garage, ne? Ja, ja. Das Muting müssen wir doch einfach wegschießen können. Hab ich schon. Hallo, ich geh rein. Pass auf, sagst du, die Bar ist auch... Äh, Kapuze, die Bar ist auch... Ich seh's, ich seh's. Alter, ist das am Ruckeln bei mir. Ey, jetzt... Nee, jetzt kommt es wieder. Aber da ist noch einer... Da ist ein Schild, oder? Ist das ein Schild da vor mir? Nee, ne? Nee, ne? Ach, hier ist noch ein... Da ist noch ein Mute. Also die haben... Die Wände haben die gemutet. Könnte schon mal ran, ne? Ja. Mute ist ja nicht schlimm. Ach so, okay. Und mach hoch, wenn du kannst. Kannst du? Nein. Okay, jetzt kannst du gleich. Jetzt. Oben ist das Fenster auf, von oben kommt gleich C4 wahrscheinlich runter. Okay. Äh, der hat sich so... Raummitte aufgehalten. Das war diese... Was war denn das? Ne, ja, die Kamera, Alter. Na, wann kommt das C4? Ach toll. C4 kommt gleich. Da ist ein Auge gewesen. Genau drüber. Oder mach das jetzt doch nicht. Na gut. Wir müssen jetzt stehren, dass er nicht getroffen wird. Uiuiuiuiuiui. So mein Job ist ja eh nicht. Ich weiß nicht, ich hab noch nie geschafft, glaube ich, zu viel in der Luft abzuschießen. Geht das überhaupt? Ja. Oh Gott! Oh Gott! Entschuldigung Daru. Was war denn? Achso, das ist die jene Granatis am Schneemobil abgeblockt. Achso, ich bin wegen allem, weil ich gespottet werde. Ich weiß noch nicht, von wo. Oh Sacke. Ja, ich wurde gerade gespottet einmal. Ich streff sie schon. In der Treppe unten dran, da war. Hast du sie schon? Das ist die mit der Waffe, die was nicht verhören kann. Äh, die. Ja, zurückgerannt. Da ist er. In dem Raum ist einer. Ja. Hab gedacht, er piekt halt mal bei soviel Schuss. Kapuze, meine Kamera ist gut. Okay. Ja, stimmt. Guck dir auf die Tür. Ich hab einen von oben. Nein, sie ist nach oben. Ah, schade. Hätte die Tür gedrefft, hätte ich die Treppe gedrefft. Einer noch. Einer noch? War das jetzt der Rechts hier? Ich hab nichts eingekillt noch. Ja, ja, doch, doch. Das ist der, das ist der Rechts. Weil das war ein Mute. Jawoll. Jawoll. Du riechst das schön. Ja. Da war Können. Um. Ruhe. Wow. Das sah fast nach Warlock aus, so. Ich hab mal gehört, dass er einläuft. Oh, die haben... Naja, okay, das passt jetzt nicht. Da hab ich ihn gerade gespielt. Ach ja, kann ich nur eingeben. Soll ich den Puls nehmen? Wer hat mein Dings genommen? Achso, ich hab ihn genommen. Wir haben ihn vorn und den Ballon geändert. Also den Bus wieder. Ja, Weihnachten ist auch zu Ende. Ja, ja. Das ist auch krass, oder? Irgendwie war ich erst vor 10 Tagen so, bin doch immer in Weihnachtsstimmung, wo ich mir gedacht hab, oh! Und jetzt ist es schon wieder vorbei. Das erste Quartal ist schon wieder bei uns. Ja, Mann. Die Pizzer 1. schon. Sag mal, was ist denn das zu fassen? Aufnahmetag. So ist es nicht so leid. So, gerade wie gerade eben, ne? Alles machen. Morgen ist schon wieder Weihnachten, Herr Kunze. Freu mich schon. Hast du schon ein Geschenk gegen den Kopf? Ja. Ja, wozu komm her? Jeder kriegt eine goldene Mastercard. Dann ist er noch abgebucht, ums Limit bis 100.000. Komm zu dir. Xlyra, die Schöne. Nein, alles wie gleich. Einfach das Gleiche wie gerade eben. Ich mach alles dasselbe. Der Kundran macht das. Kundran, geh weg, du. Ach schon nicht. Wer lungert denn hier rum? Um drauf. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Brauchst du hier noch Wände? Eigentlich ist das wieder? Ja, kann man. Das ist natürlich super gefährlich, ne? Okay, dann lassen wir es mal. Ich hab schon den verbraucht. Wie lange man immer warten muss, bis Lassi neue Nadeln werfen darf, ey. Blitzdrohne ist hier vorne drin gewesen, Sade? Äh, hier sind keine Stromdinger mehr. Machst du sie? Alex? Achso, du hast den Blitz noch rechtzeitig gesetzt. Wow. Da merkt man, dass der Kundran ihn schützt. Nein, ich hab die Twitch-Drohne, aber sie hat den rechten Draht. Also können jetzt da rein. Du hast noch welche, oder? Ne, ich hab zwei zerstört. Kannst du da abmachen. So wieder benutzen. Musst du nur auf Handkanade aufpassen. Ja, ich hab dir das Löschle. Oder leg den Draht auf rechts rechts. Ne, warte, warte, warte einfach, bis es halt schwitzt. So lange dauert das ja nicht. Konrad, nichts auf rechts. Hier ist irgendwo eine Drohne. Wir haben nur drei scheiß Drohnen unten. Bei mir hinten sind welche? Ich hab sie nicht gesehen. Ich hab sie auch nicht gesehen. Ist die hier bei den Kackschmähmobil? Hier, schnauf. Kapuze, rechts. Oh shit, da ist schon... Oh, da ist offen. Ich kann mich hier nicht hinlegen. Dann verrieren wir. Ok, wie gerade eben. Kapuze, du musst hier hingucken. Wohin? Da. Da rein? In den Gang? Nein, wo ich hinpinge. Ja? Nicht von da, von da hinten. Ok. Ok, ich weiß was von mir ist. Pass auf. Ich renne jetzt nämlich durch, Alexander. Robach! Yeah! Oh, rubber banding. Was hast du jetzt geleckt? Ja. Jetzt drückst du hier zu der Tür. Ja, ich weiß. In der Drohne kommt drunter. Ne, wir gehen wieder hoch. Ich schau wegen Drohnen auf. Das funktioniert so lange, bis oben der Dorf auf uns nicht kaputt geht. Ok, ok. Oh. Was ist denn das? Ich hatte immer die neuesten Gadgets von Amazon. Hier ist zu. Ja, hier ist die Tür auf. Ich hab's versaut. Einer kommt drunter bei mir. Und einer, also beide Treppen kommt einer runter, weil beide Nadeln kaputt gemacht wurden. Ah, ok. Alex, was soll ich... Einer ist reingetreten. Ich kann doch nicht sagen, welche Rechte vielleicht. Ok, ok, ok. Da kommt jetzt einer. Ähm, ich hab nen Fuß gesehen, ja. Einfach nur halt das gerne rein. Ja! Rest! Ok, ist aber durch die Drohne halt abgelenkt, wie sie... Come on! Ach, einer ist doch noch hinter mir. Zwei. Zwei, ja. Ah, ich hab's direkt an das links. Wie war denn... Wie ist denn das jetzt auf mir? Was ist denn das für ne Scheiße gewesen? Wieso bin ich denn auf einmal außerhalb des Raums? Bist du gelaufen vielleicht? Weil du hast ja nichts gesehen. Ich stand. Ich hab mich in die Wand gedreht und auf einmal war ich außerhalb des Raums. What the fuck? Hm. Das war lustig gerade. Das war... Ja, auf einmal steh ich genau vorm Gegner. Naja. Hm. Das hab ich eigentlich nur wegzugedreht. Ich glaub ich weiß, was das war. Ein Fehler. Boah, hab ich schon auf meinen Geburtstag. Der ist wann? Im November. Wow. Wow. Pfff. Einfach nur wow. Der ist schon lustig. So, was machen wir denn hier überall zu? Ja. Viel zu machen kannst du nicht. Ich mach den Dropper zu. Oh, da ist dieses... Und zerren wir halt die Wände hier noch zu. Okay. Zusammens. Alles. Hm. Die Drohne leckt sich durch den Raum. Na. Mieberfenster hab ich nicht benutzen können. Aber das bringt hier halt nix. Kannst du es nicht hier bei uns nutzen oder? Ja. Könnt ihr das Fenster doch aufmachen. Stimmt. Na, nicht runterfallen. Nee, nee, lieber nicht. Wollte ich dafür sorgen, dass keiner ins Fenster kommt. Ja. 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 Ich hab meine zwei Granaten noch. Ich bin ja unten. Ich weiß, ob ich den Dropper nicht in das Window in die Dropper setzen kann. Ja. Auf der anderen Seite sind beide Fenster offen. Ja. Hier ist er. Hier in den Raum. Ähm. Ja. Wie beschreibe ich den? Wie ist der? Office. Im Office ist ein Schild. Die haben Blitz. Die haben auch Sledge. Die kommen alle so mehr oder weniger von hinten. Oh Gott. Oh Gott. Hier kann ich nicht viel machen. Hi, hi, hi. Hi. Oh Scheiße. Warte mal. Kann man da rumlaufen? Okay. So vor mir. Ui, 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 ui. Okay. Hallo. Oh Gott. Ist er echt immer noch? Ja. Also Blitz und Sledge kommen zusammen. Das Fenster bei mir was aufwärts müsst ihr eigentlich normalerweise keine Sorgen machen. Okay. Eigentlich normalerweise. Okay. Außer er glitzt halt oben auf dem Heliport. Äh. Wo ist denn da, Lui? Da, Lui? Du bist auf der Treppe hinten, ne? Ja. Okay. Gut. Hast sie. Oh, hab gut getroffen. Okay. Da sind mehrere herangeschossen gerade. Oh Gott. Ja. Einen hab ich. Den links in der Ecke. Weg. Bei mir kommt einer. Bei mir kommt Blitz. Wo? Hab ihn. Hab ihn. Ich hab ihn. Egal. Einer noch. Dann wunderbaaar. Boah. Ist spannend die ganze Zeit. Das Fenster, wenn keiner kommt. Aro Gans ist geil. Hat das wieder geregelt. Mit seiner asiatischen Kampfwaffe. Sehr asiatisch. Wir haben den schon bei den Samurais schon gehabt. Hab ich gehört. Mit den Shorts. Mit den Shorts. Im richtigen Samurai. Dämlich. Gut begann vorbei. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.